Hallo, hi, salut! Herzlich willkommen in der Lernsax, einer Lernumgebung der Schiller Schule. Mein Name ist André Stöhr. Ich bin euer Lernsax-Administrator und freue mich mit euch gemeinsam die ersten Schritte in die Lernsax zu gehen. Unterstützt werden wir dabei von euren Klassenlehrerinnen und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und wünsche euch nun in der nächsten Zeit viel Spaß und viel Erfolg. Wir hören uns in wenigen Sekunden wieder. Und wie versprochen melde ich mich wieder zurück. Ja, wie läuft das Ganze jetzt ab? Ich zeige euch in einzelnen Schritten, wie das Ganze funktioniert. Ihr sitzt inzwischen an einem Rechner, der eingeschalten ist. Ihr habt einen Browser geöffnet und ja, jetzt können wir starten. Ich gebe in die Adresszeile lernsax.de ein und komme auf der Startseite raus. Oben rechts findet ihr den Anmelde-Button und werdet jetzt gleich im Anschluss die Zugangsdaten erhalten. Ich habe das schon mal für einen Testschüler vorbereitet. Die E-Mail-Adresse lautet so. Das Passwort habe ich auch erhalten und gebe das Passwort ein. Ja, einloggen. Was anderes kann jetzt nicht passieren. Das ist also euer erster Kontakt mit unserer Lernsax. Ihr startet ins Profil und hier geht es also darum, dass ihr die Daten mit den Sternchen ausfüllt und gewisse Punkte im weiteren unten, sprich das Kennwort, dann euch noch selbst vergebt. Also unser Testschüler heißt Lukas und weil ich nicht so viel schreiben möchte, heißt er Berg. Und natürlich möchte ich mein Profil freigeben. Für die Passwort zur Rücksetzung benötigen wir eine E-Mail-Adresse. Den Punkt besprechen wir gleich im Anschluss. Also lassen wir dieses Feld erstmal frei und wir gehen auf Speichern. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Ihr müsst euch jetzt selbst ein Passwort vergeben, sprich es muss acht Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen haben. Welches ihr wählt, weiß ich jetzt nicht, schreibt es euch zur Not auf und bei Bedarf können wir es jederzeit zurücksetzen. Gut, mein Passwort ist gesetzt. Ich gehe auf Speichern und bin jetzt sozusagen eingeloggt. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause. Das heißt, ihr bekommt jetzt eure Zugangsdaten und meldet euch an, gebt euer Passwort und die Lehrerin startet dann das Video an dieser Stelle weiter. Bis dahin!